aber wir machen gut schaden ist das wenn man berührt wird was mache ich da ich hasse die dinge so komisch schießen so hallo hallo komische wussten da raucher wussten das ist doch das okay das bei mir immer immer noch die scheiße na komm mach häufchen okay bomben pillen lemon party und lag ab warum auch nicht okay da kommen wir sowieso nicht hin hallo ach ja stimmt ja können wir von weit weg jetzt machen okay lucky rock naja ich würde eine tasche mit noch eine zahm gerne noch ein platz aber bumm 19 ouch wat der konnte auf mich raus springen hey du penner gemein ist das denn vermitteln gibt man sie vor allem die reichweite die können auch recht gut gebrauchen finde ich besonders bei solchen dingern die so schön explodieren nein ouch naja gepäht bumm aber bis jetzt hat er nicht mehr geschissen naja jetzt und da ist der geimt rum juhu los 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 ah kackäufchen ich finde es super jetzt brauchen wir nur noch die trinke tasche auch man naja hey mache ich natürlich beide auf wieso nicht leck mich ey und dann haben wir nur die herzen drin na toll ey hm komm ja step komm heufchen machen heufchen machen okay so kann man nicht gut nützen zu sagen wenn jetzt lange man die noch gebrauchen kann wow wow hat die mich gerade verarschen aber aufsammeln und liegen lassen wir hier wahrscheinlich auch nicht so klar so was haben wir hier die dinge ja der hält natürlich mehr auf aus vor allem auf eine batterie ok schlüssel ehrlich kaputt gehen und dann kann noch einer raus fliegen bekommen na was kam jetzt das jetzt so jetzt den shop mal wenn was haben wir jetzt hier also wenn im effekte vielleicht ist ja hier eigentlich war das klar 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 so ab nach oben hallo hallo nun kann man auch denen kommen natürlich man könnte karten bekommen ja könnte na komm aber jetzt alle extra hoch in die luft zu jagen naja ouch ouch natürlich lasse ich mich wieder treffen oh nützt ja eh nix für uns was ist das lohnt sich ja eh nicht weil wir keine roten herzen haben und keine herzkanister na 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 mach komm schon das war knapp geht kaputt was ist das denn okay sagt mir nix hallo ein mein freind ein freind ein freind hallo 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 aber das ist gut na ja scheiß baby kommt mach kacke komm mach kacke ein herz toll es war so ernst kriegen nur so eine scheiße super aber wir haben ja eigentlich genug können wir beides aufsammeln wir noch mehr müssen brauchen das ist halt die frage wo ist denn das ding vielleicht doch hier merkwürdig naja kann das ding dann sein ich habe gerade keinen bock zu suchen das wahrscheinlich verständlich das ding war echt geiler wegen der reichweite nämlich eigentlich so eine reichweite wäre aber echt genial hallo kommt noch mal kacke mach kacke alle weg die glühbirne was die leuchtende glühbirne macht weiß ich auch nicht reichweiten schuss wäre echt schon besser na komm nehmen wir uns das ding mindestens haben wir gerade reichlich so eine ordentliche reichweite kann man echt gut gebrauchen besonders beim brimstorm finde ich ich hätte mich mal nicht treffen lassen sollen naja aber so gut bin ich halt immer mich treffen zu lassen na tschüss hallo hallo ist das eine reichweite ey was ist das für ein ding eigentlich von cock it was macht das ding ich habe keine ahnung hallo tschüss 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 wir brüchten halt eigentlich das echt das baby dass die dinge einsammelt eigentlich okay karte judgment Hauptsache du gibst mir was ordentliches zu, Affe. Eine Karte, The Sun. Na, gib. Noch eine Karte, The Moon. The Moon portet uns irgendwo hin. The Sun, weiß ich nicht. Ach ja, The Sun öffnet ja komplett. Towers. Was gibst du mir für Scheiße hier, ey? Na? Touch and touch, ah ja. Okay, hier ist also der Keim rum. Na, dann mach mal auf. Natürlich. Gib deine Kohle her. Was haben wir hier? The Sun. Wir nehmen mal die Karte mit. Ich würd sagen für die nächste Ebene. Pfeife auf die andere gerade. Okay. Okay. Schlüssel. Was haben wir hier? Keep your friends, okay. Okay, um Herzen zu sammeln. Oh, ist das dein Ernst? Richtiges Baby, ey. Könnten halt das beiden, oder? Mal nochmal aufladen. Mal nochmal aufladen. Okay. Okay. Edgy tasty. Hm. Mhm. Mhm. Ach. Okay, das bin nochmal. Ne, dann behalte ich das Ding. Dann behalte ich das. So. Dann brauchen wir das auch nicht anders. Okay. Weg. Das ging schnell. Komm, sterb doch mal. Boop. 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 Alle weg. Oder fast alle. Tschüss. 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 Und tschüss. Dann brauchen wir nicht auch nicht so nah ran. Wow. Weg. Toll. Und weg. ne Gabel. Bis jetzt sind die anderen dann halt eigentlich besser. Autsch. Kommt. Achso. Ja. Ich hab nicht drauf geachtet. War ja so ein Hochspring vor CL. Haha. Ups. Immer schön überall hin scheißen. Weg mit euch. Weg mit euch. Hm. Hallo. Ich glaub hier ist das Ding eh nicht. Nö. Wir finden das ja gar nicht mehr gerade, ne? Achso. Das ist das. Ich nehm aber das mit. Vielleicht doch hier. No. Oh. Wir haben da noch mehr. Was hab ich grad. Fast vergessen. Ein geheim... Äh. Ein Kräutraum? Waren wir schon? Nö. Natürlich nicht. Tja. Kinder aber erstmal da runter. So. Tja. Tschüss. Tja. 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 Komm fick dich. Hau ab. Vielen Dank. Meinen. Ich dürfte nicht schießen. Fuck. Nö, vergiss es. Oh Gott. Das ist mies, wenn du dagegen kommst. Ach komm, was was? Hau ab. Okay. Das war doch gemein eben. Warum? Und der Raum ist beschissen noch dazu gewesen. Okay. Ach fuck. Falscher Knopf. Okay. I found Pails. Dich lass ich sterben. Automat. Gibt mir natürlich gleich ein Herz. Und weg. Oh Kohle. Noch mehr. Pup. But Booms. Jetzt kommt bei den Bomben das genau das gleiche, der genau gleiche Effekt. Wie das, was ich immer ablasse. Da sowieso nicht. Aber man fragt sich immer echt, wo der Raum sein kann. Weil man nichts hat, wo man das sehen kann. Oh, noch mehr Kohle. Okay. Lunchback. Hi. Wow. Boah, war das Kind abheben. Na, wo bist du? Danke. Ähm, hier glaube ich auch nicht. Nö, hier war ich auch nicht. Ich habe hier keinen Bock zu suchen. Wir waren eh noch nicht beim Marmor, dann hängen wir mit der Zeit so hinterher. Habe ich denn da geguckt? Nö. Würde man ja sehen. Na. Oh, da ist er. Oh. Herzen. Wenn jetzt ein guter Deal kommt. Den muss auch. Können wir uns den auch leisten? Na komm. Alles klar, keine Herzen. Puh. Habe geforzt. Oder geschissen, eher gesagt. Oh, das ist halt nur, wenn man auflädt, keine Zeit. Und das ist die Mom. Wow. Isaac. Fick dich, Mom. Was fällt dir ein? Dumme Mom. Das Aufladen, das nervt. Wow. Nein, haut ab. Geschafft. Was haben wir hier? Den. Na, was haben wir hier? Hm. Wahrscheinlich nur Scheiße drin. Wat? Toll. Sag ja nur Scheiße drin. Hätte das nicht besser sein können? Toll. Ehrlich jetzt? Arschlöcher. Warum habe ich immer so ein Pech? Und hier gibt es hier keine Shops mehr. Toll. Und wir haben jetzt so viel Kohle dabei. Hallo. Steht. Na, mach mal Puff. Ja. Hallo. Hallo. Heck bist du. Heck bist du. Na. Pille. Oh. Wir gehen hier gerade echt alles durch. Kann das sein? Oh, die Weinus. Wieder mal. Das Auge. Müsste mich halt nur treffen lassen. Könnt ihr hier gleich nochmal rein? Hallo. Okay. Wow. Warum ist das so gleich so ein gemeiner Raum? Puff. Hehe. Guck mal. Mams Perücke. Komm. Hehe. Puff. Komm. Puff. Okay. Alle weg. Ich sag, ich wollte mich ja treffen lassen. Aber wir gehen uns das Teil wiederholen. Boah, dass es echt gut ist für die Reichweite. Flup. Besonders die Truhe macht da auch gut mit. Komm. Hehe. Hehe. Bringt immer schon so Spaß. Na, was haben wir hier? Mams Perl. Hier kann wahrscheinlich eh nix sein. Puff. Ne. Okay. Hier haben wir nur das. Ne. Boah, ich kann nicht gesehen. Der schwarze mag ich ja schön. Aber ich glaub, den hab ich auch noch nicht freigeschaltet, ne? Alles Puff weg. Können wir schon so mal am Serz gehen, aber nö. Oh, guck mal, wie wir hier haben. Spiel mir mal ne Runde, ne? Cool, haben wir ja. Kein Salz, ey. Bombe. Mies, wenn, ey, geht's nicht, der Baum wieder auftauchen, oder? Oh, gut. AP ab. So, weg mit dir. Äh. Äh. Hehe. Okay. Okay. No, never again. What? Wupp, wupp. Wupp, wupp. Haben wir hier. Die. Hm. Der Fürst gleich ganzer Herzen. Der Arsch. Na, was hast du? Oh, ne Spritze. Das ist gut. Danke. 132, die Reichweite, ey. So, war hier noch ein... Wow. Das Spiel gerade, ne? Das wäre echt mies. Mää. Sterb. Sterb. Na, wo tafst du auf da? Wow. Oh, ich schieße auch noch... Ja. Ich bewege dich auch noch mit mir mit. Den Scheißlaufen. Ne? Ja, das ist ein bisschen sehr schnell gerade. Ah. War ich nicht. Okay. Was ist das Ding? Wir gehen echt gerade alles durch. Na dann, komm. Wow. Ha. War ich nicht. Tschüss. Die sind auch ganz schön schnell erledigt. Es müsste halt nur noch schneller aufladen. So. Na. Puff. Ah, fuck. Eigentlich, warum setze ich die nicht gleich ein? Ich hab die doch ganz weit dabei. Hier. Na. Die, 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 die. Jo. Boop. Okay. Lucky two. Ho. Viel Glück. ja komm brauchen wir doch eigentlich gar nicht mehr oder ja weinig größeren der mit ein bisschen da komme ich natürlich gegen warum auch nicht hallo ja ist das play to win hallo ma na viel down nein hast nämlich nicht so so ich frage mich wo das ding ist das ist okay vielleicht hier falscher knopf 99 vor allem dazu ja hau ab wo kommt wirklich was war das ich wurde auch nicht noch mal getroffen ja jetzt stelle ich herzen ich brauche herzen schon wieder falscher knopf das ding habe ich auch lange nicht mehr gehabt das noch ein halbes herz okay wo ich immer gegen die dinge hallo miniboss weg miniboss warum sag ich eigentlich gar nicht ich habe auch keine ahnung das ding sein soll vor allem jetzt haben wir nur noch rote herzen ok ja zweimal auch noch ich stehe der und tschüss da ok range up geht noch weiter ja oh Cool.